einen wunderschönen guten tag hier aus berlin in der flugstraße 9 der bundesgeschäftsstelle der piratenpartei und die frage von heute lautet piratenpartei ohne programm und diese frage stelle ich gleich der noch chefin der piratenpartei marina weißband hallo sag mal warum habt ihr kein programm wir haben ein programm es ist sogar sehr ausführlich das kann man lesen aber wenn ich die medien einschalte sagen ihr habt alle kein programm das ist richtig die medien stellen uns fragen mit denen sich die aktuelle regierung gerade rumschlägt was teilweise wichtige fragen sind aber dass die größeren lücken im programm das sind zwei das ist wirtschafts- und außenpolitik die werden wir erst im november beschließen das heißt bis dahin sind wir tatsächlich noch nicht so weit gekommen wir haben aber programmpunkte die sich nicht nur mit den aktuellen fragen befassen sondern wir befassen uns natürlich viel mit der zukunft und mit dem wie sieht die gesellschaft in zukunft aus und mit allem was irgendwie informationsfluss betrifft und das viel wichtigere was wir haben ist wir haben einen weg wie man ein programm erstellt wir haben einen basisdemokratischen oder liquid demokratischen weg gefunden wie wir zu unseren inhalten kommen dadurch werden unsere inhalte besser und dieser weg gilt nicht nur für uns den kann jede partei benutzen aber warum diese neuen wege es gibt ja diesen altbewährten politikstil dass man sagt wir versprechen euch jetzt eine menge das ist unser programm wir haben für alles eine lösung und wir meinten es gut wir schaffen danach kann man auch sagen wir haben das nicht so geschafft ich meine joachim hermann hat gesagt die sind noch ziemlich naiv und ich glaube das ging auch ein bisschen in deine richtung bist du macht politisch naiv sagt der csu politiker macht politisch naiv weil ich nicht an die macht will mir ist egal ob ich an die macht komme ich werde an die macht kommen wenn die anderen parteien das was wir wollen nicht umsetzen wenn sie es umsetzen ist es mir egal dann nehme ich mir einen hut wenn nicht dann komme ich deswegen an die macht weil ich das verändern will ich möchte den weg wie entscheidungen entstehen verbessern und ich glaube daran dass das viel wichtiger ist als jetzt entscheidungen zu haben oder ein programm fix und fertig zu haben denn ein programm zu haben ist wie ein fisch zu haben ein weg zu haben ein prozess ist wie angeln zu können ja dadurch kann ich mir unendlich viele fische fangen und das wichtige an unserem prozess ist dass diese programmpunkte diese neuen immer von vielen vielen augen kontrolliert werden dass mögliche schwächen sofort gesehen werden was bringt es mir wenn wir ein programm haben wie die cdu wo eine laufzeit verlängerung für akw drinsteht und dann schaffen sie die atomkraft ab oder wie die fdp wo steuersenkungen drinstehen und dann machen sie es nicht und zur euro krise hatte niemand etwas im programm es ist viel wichtiger wie man mit neuen problemen umgeht mit denen keine gerechnet hat das ist ein spannender ansatz mag sein dass deswegen gerade die piratenpartei ziemlich im aufwind ist hier in berlin habe ich was tolles erlebt vor zwei jahren der landesverband hat hier gesagt wir wollen das bedingungslose grundeinkommen einführen und auf einmal hat es die ganze bundespartei so gesehen das war ein ganz schneller prozess und ich habe jetzt am letzten wochen festgestellt in sachsen anhalt es war so ein ähnliches feeling dann haben die gesagt wir müssen noch weitergehen und grundsätzlich mit unserem geldsystem fragen stellen wie wir in zukunft wirtschaft organisieren wollen und jetzt mache ich einfach mal kurz vorlesen auch für die zuschauer die piratenpartei sachsen anhalt setzt sich für reformen im geldsystem ein insbesondere sollen durch parallele umlauf gesicherte geldsysteme alternative finanzierungsmöglichkeiten für die kommunen geschaffen werden regionale wirtschaftskreisläufe unterstützt werden und insgesamt damit die umverteilung von arm zu reich durch unser geldsystem unterbrochen und schrittweise abgelöst werden das ist wieder so ein mutiger schritt wo ich jetzt schon wieder den einen oder anderen fdp csu politiker höre dass das wieder so was naives ist ist das naiv ich glaube nicht dass experimente naiv sind und dabei handelt es sich ja um experiment wenn ich mir so eine regionalwährung zum beispiel hier übrigens ich habe hier mal eine menge lutzetaler auch aus sachsen anhalt mitgebracht das ist eine regionalwährung in köthen das ist kein bestechungsversuch der parteispitze sondern ich wollte das einfach mal hier so zum zeigen mitbringen ja okay also die kann ich mir jetzt für zehn euro kaufen dann bekomme ich einen schein und ich kann den schein aber auch verkaufen genau das heißt letztlich ändert es nichts gravieren also es macht nichts kaputt am bestehenden system es fügt eine neue alternative hinzu was neue alternativen betrifft bin ich immer dafür weil wir natürlich damit gucken können wie schaffen es regionen in einer globalisierten welt gut zu überleben also entweder das system kann total flutschen und die region stärken oder es geht halt unter aber dann würde es niemandem schaden das heißt wenn ich mit mit geldsystemen experimentiere finde ich es immer super das zu machen weil wir sind irgendwo wirtschaftlich in der sackgasse wir können nicht immer weiter wachsen merken wir gerade und wir müssen gucken wie wir das verändern und so etwas ist ja nur ein paralleler weg und ich finde je mehr wege wir haben desto besser und ist das ist das in ordnung wenn kleine initiativen hier überall in deutschland anfangen sowas zu organisieren ja klar apotheken machen das doch schon seit jahren und in freizeitparks hat man auch eine eigene währung es ist also nichts was was noch was es noch nie gegeben hat oder was irgendwie schaden zufügen könnte im gegenteil es könnte halt in einer region eben die die kleinen gerade die kleinen mittelständischen sachen stärken beim ich kenne den programmpunkt zum zum bg es gibt glaube ich jetzt auch in neumünster da ist der nächste bundesparteitag und dann ende des jahres in braunschweig glaube ich da gibt es ja diese idee dass man wenn man einen beschluss hat wie jetzt geldreform ansätze bg ansätze nehmen wir mal an du kommst in bundestag mit einigen anderen und das volk gibt euch so viel vertrauen dass ihr entscheidend können wie politik gestaltet wird wie würdest du da vorgehen wie würde ich vorgehen ich persönlich könnte keine änderung in unserem wirtschaftssystem grundlegend machen das was ich machen würde wäre zuerst eine enquete kommission bestimmen wo experten möglichst gute modelle zum beispiel für das bg ausarbeiten und sagen was ist überhaupt realistisch finanzierbar was würde deutschland tatsächlich helfen aber sind diese kommissionen nicht besetzt von experten ausschließlich experten von lobbyisten gruppen gerade der großbanken und banken macht man da nicht die böcke zum gärtner nein auf keinen fall würde ich da nur die lobbyisten gruppen und banken hinsetzen wir haben viele wissenschaftler werden viele volkswirte die sich auf akademischem niveau damit beschäftigen und wir müssen eben darauf achten dass alles was sie tun dass sowohl der hintergrund der person des experten also transparent ist als auch das was er tut und sagt in dieser kommission das ist der einzige weg wie man das kontrollieren kann dass das tatsächlich eine objektive kommission ist da gibt es mittel die objektiv zu machen das wichtigste ist aber dass auch diese kommission nichts entscheidet sondern sie rechnet sozusagen durch sie zeigt die konsequenzen auf ich würde die menschen darüber entscheiden lassen ob sie ein bedingungsloses grund einkommen wollen oder nicht also sogar wenn ich mit meiner partei an der macht wäre würde ich immer noch den menschen diese sehr wichtige entscheidung selbst überlassen hört sich spannend an und ungewohnt ja ich bin ich bin gespannt für gewöhnlich stelle ich immer ich nenne drei begriffe und hoffe dass mein gegenüber drei kurze antworten drauf hat oder assoziationen würde ich auch gerne machen okay erster begriff freiheit freiheit ist die verantwortung für sich selbst das war kurz aber klar zweiter begriff antisemitismus antisemitismus ist ein generelles hass problem okay und ein generelles hass problem ist nur durch lernen kennenlernen und aufklärung zu beheben spannend spannend danke für dieses gespräch ich habe dir auch geschenke mitgebracht also falls du eine expertenkommission einberufst professor marit kennedy aktuell mit dem buch occupy money sehr empfehlenswert das erste geschenk da gibt es sehr viele informationen du wirst ja jetzt immer mehr mit mit anderen leuten anderen politikern zu tun haben die seit jahrzehnten an der macht sind ein tolles buch michael schmidt salomon keine macht den doofen wollte wollte ich dir auch noch mitbringen dankeschön für das gespräch und viel erfolg du hörst ja jetzt auf demnächst ich mache pause du machst pause ich würde sagen ich wünsche dir eine tolle pause und ich glaube viele erhoffen sich oder erwarten dass du bald wieder kommst und so weitermachst wie du das jetzt machst dankeschön danke dir und wer diesen vlog beitrag noch mal nachlesen möchte in der wirtschaftszeitschrift schlechthin um eine wirtschaft kann man alles was wir hier geredet haben auch nachlesen an jedem bahnhof erhältlich viel spaß damit keine geschenke keine bücher mehr ansonsten danke zuschauen und die frage beim nächsten mal lautet neue angriffsziele somalia afghanistan syrien und darüber rede ich mit hans christian ströbele ich grüße all meine abonnenten und bis zum nächsten mal abonnenten